Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute eine Berechnung zum rechtwinkligen Dreieck, genauer auch zum Pythagoreischen Leersatz vom rechtwinkligen Dreieck. Das heißt, in diesem Beispiel ist im Prinzip alles dabei. Wir berechnen den Pythagoreischen Leersatz, den Flächeninhalt und dann noch eine Umkehraufgabe. Wir haben zwei Seiten gegeben, das sind in diesem Fall die Katheten. Und zwar die Seite A mit 7,8 cm und B mit 10,4 cm. Wenn ich die beiden Katheten gegeben habe, dann ist es klar, dass ich die Hypotenuse C zu berechnen habe. In weiterer Folge berechnen wir noch den Flächeninhalt. Und diese Berechnung des Flächeninhalts ist auch die Voraussetzung, um dann die Höhe HC zu berechnen. Wir haben ja zwei Flächeninhaltsformen. Das heißt, mit den Angaben, die wir haben, berechnen wir den Flächeninhalt, setzen den gleich mit der anderen Formel für den Flächeninhalt und können dann mit einer Umkehraufgabe die Höhe HC berechnen. Das Ganze noch in einer Farb-Skizze dargestellt. Ein rechtwinkliges Dreieck liegt vor uns. Mit den zwei gegebenen Seiten B ist 10,4 cm und A ist 7,8 cm. Die beiden Katheten bilden den rechten Winkel, während die gesuchte Seite C gegenüber vom rechten Winkel liegt. Das, was ich im Eingang erwähnt habe, jetzt noch in einer Vorüberlegung zusammengefasst. Wir berechnen zuerst die Hypotenuse C mit dem Pythagraeischen Lehrsatz, dann den Flächeninhalt und der ist dann die Voraussetzung, dass wir die fährende Höhe HC mit einer Umkehraufgabe berechnen können. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, mit der Berechnung der Hypotenuse. Die wird berechnet mit folgender Formel. C² ist gleich A² plus B². Das heißt einfach, die Länge C zum Quadrat genommen ergibt die gleiche Summe wie die beiden Katheten zum Quadrat genommen. Die Hypotenuse-Berechnung ist natürlich auch wieder wie jede Formel eine Gleichung. Summengleichheit auf beiden Seiten ist die Voraussetzung, um Berechnungen durchzuführen. Im nächsten Schritt ersetzen wir die Katheten A und B mit den gegebenen Zahlen von der Angabe. Die Kathete A war ja mit 7,8 cm angegeben, das Ganze jetzt zum Quadrat. Gleiche Vorgangsweise bei der Seite B, die war ja in der Angabe mit 10,4 cm angegeben. Deshalb 10,4 zum Quadrat. Im nächsten Schritt quadrieren wir. 7,8 zum Quadrat ergibt 60,84. 10,4 zum Quadrat ergibt 108,16. Dann bilden wir die Summe. Und die ergibt 169. Und wenn man die Quadratzahlen kennt, dann kann man das im Kopf ausrechnen. Wenn nicht, verwendet man die Quadratwurzel. Weil jetzt haben wir eine vereinfachte Gleichung. Wir wollen aber nicht C Quadrat wissen, sondern nur C. Und um dieses Quadrat wegzubekommen, verwenden wir die Quadratwurzel. Die ziehen wir auf beiden Seiten und das Ergebnis ist 13. Wobei das hier auch eine Kopfrechnung gewesen wäre, weil 13 mal 13 ergibt 169. Wir formulieren unseren ersten Antwortsatz. Die gesuchte Hypotenuse C ist 13 cm lang. Im zweiten Schritt berechnen wir den Flächeninhalt. Wir haben ja zwei Formeln. Wir müssen natürlich immer die Formeln verwenden, wo wir die Angaben haben. Und wir haben A und B angegeben. Deshalb verwenden wir die Flächeninhaltformel A mal B geteilt durch 2. Auch hier ersetzen wir wieder die Variablen durch die Zahlen. A wird ersetzt durch 7,8. B wird ersetzt durch 10,4. Und das Ganze noch geteilt durch 2. Wenn man das mit dem Taschenrechner berechnet, erhält man das Ergebnis von 40,56 Quadratzentimeter. Auch diesen Sachverhalt können wir mit einem Antwortsatz beschließen. Der Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks beträgt 40,56 Quadratzentimeter. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, die Berechnung des Flächeninhaltes ist hier kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung, um die Höhe hc zu berechnen. Dazu verwenden wir die andere Flächeninhaltformel, die wir beim rechtwinkligen Dreieck anwenden können. Und diese lautet c mal hc geteilt durch 2. Wir haben eine Gleichung mit 3 Unbekannten. Und da müssen wir mindestens 2 davon wissen. In diesem Fall weiß ich a, das habe ich nämlich gerade vorher berechnet, das sind die 40,56. Dann habe ich die c, auch die c habe ich berechnet, und zwar im ersten Schritt mit 13 Zentimeter. Und die gesuchte Höhe ist dann hc, das ist die gesuchte Variable. Das heißt, ich kann diesen dritten Schritt nur dann berechnen, wenn ich die ersten zwei Aufgabenstellungen für Potenose c berechnen und Flächeninhalt berechnen gelöst habe. Jetzt können wir im nächsten Schritt von diesen drei Variablen 2 ersetzen, und zwar durch die Ergebnisse der Berechnungen. Der Flächeninhalt wurde ja berechnet mit 40,56. c wurde berechnet mit 13. hc bleibt über, das ist die gesuchte Variable, und geteilt durch 2 übernehmen wir auch. Jetzt haben wir eine Gleichung mit einer Unbekannten, und diese formen wir mit Äquivalenzumformungen so um, dass schlussendlich die gesuchte Variable alleine übrig bleibt. Wir beginnen mit dem ersten Umformungsschritt, und zwar eliminieren wir geteilt durch 2 mit dem Gegenteil. Das machen wir bei Gleichungen immer so, wir eliminieren etwas mit dem Gegenteil. Und dann müssen wir das nicht nur auf einer Seite machen, sondern eben auf beiden Seiten. 40,56 mal 2 ergibt 81,12. Auf der rechten Seite verschwindet das dividiert durch 2, weil dividiert durch 2 und mal 2, das eliminiert sich ja gegenseitig. Jetzt habe ich als nächsten Schritt das mal 13 zu eliminieren. Das Gegenteil von mal 13 ist geteilt durch 13. Und auch hier dividiere ich wieder beide Seiten durch 13. Wenn ich 81,12 durch 13 dividiere, erhalte ich als Ergebnis 6,24. Und auf der rechten Seite bleibt HC übrig. Das Ganze kann ich dann wieder mit einem Flächeninhalt, Entschuldigung, mit einem Antwortsatz natürlich, beschließen, die Höhe HC beträgt 6,24 Zentimeter. Damit haben wir alle Berechnungen durchgeführt. Ich hoffe, dieses Beispiel hat dir gefallen, hinsichtlich der Lösung, und hilft dir dann auch im konkreten Fall auch weiter. Das Ganze kann ich dir gefallen.